Jo holla Leute, hier ist wieder euer Minecraft Stuff, jetzt endlich mit dem fünften Teil zu Skyrims versteckten Kisten, auf den ihr ja leider sehr sehr lange warten musstet. Jetzt ist es aber endlich soweit und ich zeige euch heute zuerst drei versteckte Kisten unter der Stadt Weißlauf, zu denen man sich sogar sehr sehr einfach durchglitschen kann. Eine super Methode, die auch sehr sehr gut für Anfänger geeignet ist. Danach werde ich euch aber auch noch eine Kiste für Fortgeschrittene zeigen, die aber dafür randvoll gefüllt ist mit sehr sehr wertvollen Gegenständen und sich wirklich lohnt auszuräumen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Ja, als erstes nochmal Entschuldigung dafür, dass ihr jetzt so lange warten musstet. Im letzten Video hatte ich gesagt, dass es in ein bis zwei Wochen wieder soweit ist und die nächste Folge kommt. Nun, jetzt ist das Ganze schon mehrere Monate her und ich dachte mir, jetzt musst du doch endlich mal das Video raushauen. Und genau das mache ich jetzt und zwar beginnen wir in der Stadt Weißlauf mit einer Methode, die wirklich sehr gut für Anfänger geeignet ist, denn wir verzichten diesmal vollkommen auf den Teller, mit dem wir sonst immer durch die Wand gerannt sind und gehen einfach zu einer Stelle in dieser Stadt, an der man sich einfach durch den Boden fallen lassen kann und unter der Stadt rauskommt. Und zwar seht ihr mich jetzt hier unter der Drachenfeste stehen und zwar gehen wir hier die Treppen hinunter zu dem Marktplatz mit dem großen Baum in der Mitte, drehen uns einmal nach rechts und finden dann hier dieses Eckhaus und wenn wir uns hier an diese Seite heranstellen und gerade auf das Fenster zulaufen und daran ein klein wenig hoch und drunter springen, dann wird es wirklich nicht lange dauern, bis wir einfach geradewegs unter die Map fallen. So, das sieht ja schon einmal ziemlich lustig aus, diese tolle Stadt von unten zu sehen, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns hier unten nicht verirren, denn das kann ziemlich schnell passieren, da es hier sehr, sehr viele unsichtbare Wände gibt, gegen die man stoßen kann und ehe man sich es versieht, kann man hier mal in einer Mauer feststecken. Um das Ganze zu vermeiden, geht wirklich bitte genauso, wie ich es euch jetzt in den folgenden Schritten zeige. Als erstes drehen wir uns, wenn wir hier runtergefallen sind, nach rechts und werden dann einfach dort hinten, wenn wir uns der Stadtmauer nähern, diese kleine Senke sehen und auf diese steigen wir drauf und laufen hier unter dem Bach lang, das finde ich sieht auch sehr lustig aus, mal so den Bach von unten zu sehen und den Wasserfall, zumindest laufen wir jetzt hier weiterhin lang, bis wir da unten dieses kleine Loch in der Stadtmauer sehen und genau da gehen wir drunter durch, das kann passieren, dass das ein klein wenig weiter unten ist, das ist wirklich jedes Mal anders und da kann es passieren, dass ihr euch bücken müsst, also in den Schleichmodus gehen müsst, um da drunter durchzupassen. Aber egal, wie ihr es macht, ihr werdet wirklich immer da drunter durchkommen und jetzt werdet ihr euch, nachdem ihr das Loch durchquert habt, nach links drehen und einfach immer an der Stadtmauer entlang laufen und zwar so lange, bis ihr am unteren Marktplatz die Treppe seht, auf der ihr sonst oben lang geht, jetzt stehen wir hier darunter. Nun, unter der Treppe können wir nicht lang gehen, deshalb gehen wir rechts von der Treppe weiter in Richtung Marktplatz und wenn wir unter dem Marktplatz sind, dann sehen wir hier schon drei Kisten, die es jetzt gilt auszuräubern. An die erste kommen wir auch sehr einfach ran, da können wir uns hier einfach davor stellen und räumen die Kiste leer, da ist allerdings noch nicht ganz so viel drin, 50 Goldstücke bei mir und jede Menge Grünzeug, das kein Mensch braucht. Allerdings sehen wir jetzt da drüben noch zwei weitere Kisten und an die wollen wir uns jetzt auch noch ranpirschen. Dafür können wir schon mal probieren, hier auf dem Marktplatz einfach uns in Richtung der Kisten zu begeben und wir sehen schon, dass das Ganze leider nicht klappt, da genau vor den Kisten, wenige Zentimeter davor, eine unsichtbare Wand ist und wir keinen Schritt weiter kommen. Das ist wirklich ziemlich ärgerlich, wenn man sich dann freut, ja jetzt kann ich endlich in die Kiste greifen und dann steht man da an dieser unsichtbaren Wand und kommt nicht weiter. Deshalb müssen wir einen total anderen Weg wählen, um an diese Kisten heranzukommen. An dieser Stelle stehen wir einfach auf, springen nach oben und wir werden wieder über dem Marktplatz rauskommen und wir haben uns quasi wieder von unten durch den Boden geglitscht. Bei wem das nicht funktioniert, der kann auch einfach die Karte öffnen und dann nach Weißlauf schnell reisen, das funktioniert genauso. Um jetzt die anderen zwei Kisten zu plündern, die wir schon hautnah vor uns gesehen haben, aber nicht rangekommen sind, gehen wir wieder zur selben Ausgangsposition zurück wie beim letzten Mal. Allerdings müssen wir diesmal eine andere und etwas schwierigere Route wählen, um an die Kisten heranzukommen. Also wir gehen einfach wieder, wie beim letzten Mal, hier unten lang unter der Stadtmauer hindurch, dann drehen wir uns aber nicht nach links, sondern wir gehen geradeaus weiter und ihr seht, dass wir nicht mehr unter der Stadt sind, sondern rechts davon herauskommen. Wenn wir jetzt mal hier einen Blick in die Landschaft werfen, dann könnt ihr einmal sehen, wie die Welt von Skyrim aussieht, wenn sie nicht geladen ist, das heißt, die Bäume sind nicht belaubt, die Häuser sind verpackt und allgemein ist überhaupt keine Vegetation da und es sieht einfach alles furchtbar bucky aus. Also wenn ihr diesen, ja, so ungewöhnlichen Anblick genossen habt, dann dreht ihr euch nach links, seht hier nochmal ein schön verpacktes Stadttor, das interessiert uns jetzt aber nicht weiter, sondern wir interessieren uns viel mehr für den Stadtturm, der rechts daneben ist. Denn wir werden uns jetzt hier schleichend davor stellen, wichtig ist wirklich, dass ihr schleicht, weil sonst funktioniert das nicht und ihr werdet gleich wieder in die Stadt zurückgeportet. Das heißt, ihr stellt euch hier schleichend davor und lauft einfach von der Seite in den Turm hinein. Und dann werden wir hier so quasi im Boden stehen und sobald ihr aufsteht, wie gesagt, wird es euch in die Stadt teleportieren, aber solange ihr schleicht, werdet ihr hier so halb im Boden schwimmen können. Und wenn ihr dann ein paar Schritte nach vorne gemacht habt, dann fallt ihr wieder unter den Boden hindurch und wir sind wieder unter der Stadt angekommen. Jetzt können wir hier wieder an der Stadtmauer, damit wir uns nicht verlaufen, geradewegs heranlaufen. Und sobald wir dann an diesem Berg hier angekommen sind, über den wir drüber müssen, heißt es wirklich aufzupassen. Denn da kann man sehr, sehr einfach stecken bleiben und man kann im Grunde genommen sagen, dass sobald ihr die Stadtmauer berührt, ihr da drin stecken bleibt und ihr euch per Schnellreise zurück an den Ausgangspunkt teleportieren müsst. Was ihr also macht, ist ungefähr an der Mitte über den Berg drüber zu schleichen. Wichtig ist wirklich, dass ihr im Schleichmodus bleibt und dann hier immer geradeaus laufen. Ihr werdet wie gegen eine unsichtbare Wand laufen, aber nach einiger Zeit schafft es, ihr seid über diese unsichtbare Schwelle hinweg und ihr könnt gerade im leeren Raum weiterlaufen. Sobald ihr unter diesem Felsen angekommen seid, dreht ihr euch nach rechts und dann seht ihr wieder so eine Senke wie am Anfang und da können wir jetzt hingehen und ganz unbesorgt langlaufen, da passiert nichts und da werden auch keine Bugs auftauchen. Wenn wir jetzt hier um diese Kurve gelaufen sind, dann wird es wieder um einiges schwieriger. Als erstes peilen wir da hinten diese halbrunde Mauer an und gehen einfach gerade auf diese zu. Am besten ist es hier wieder zu schleichen, damit ihr nicht aus Versehen über die Stadt geportet werdet. Wenn wir jetzt unter dieser Mauer angekommen sind, dann schauen wir einmal nach links und dann sehen wir da wieder diesen kleinen Stein mit der Fackel drauf und das wird jetzt unser nächstes Ziel sein, was wir ansteuern. Jetzt ist es wirklich zwingend zu schleichen, weil sonst werdet ihr rackzack wieder oben in der Stadt stehen. Und das macht ihr wirklich ganz vorsichtig, wirklich ganz behutsam und immer gleichmäßig auf diesen Stein zulaufen, dann kann da eigentlich nichts passieren. So, jetzt seht ihr schon, dass wir hier ganz, ganz knapp unter der Erde sind und wirklich jederzeit herausfallen können. Wir sind hier quasi in diesem einen kleinen Haus seitlich drin und jetzt gehen wir ganz, ganz langsam hier am Rand des Hauses entlang. Sobald ihr über den Rand kommt, ist es wie gesagt vorbei und dann fallen wir wieder nach unten und jetzt können wir uns wieder frei bewegen und wir stehen wie gesagt vor den zwei Kisten, die wir jetzt in aller Ruhe ausräubern können. In der ersten ist auch schon einiges drin. Da haben wir jetzt einen Silberring in meinem Fall und einiges Geld. Also das hat sich schon mehr gelohnt als die andere Kiste. In der zweiten ist dann wieder etwas weniger drin. In diesem Fall wieder 50 Goldstücke und alles mögliche an Grünzeug. Aber allgemein kann ich sagen, dass ich diese Kisten sowieso nur ausgeplündert habe, weil es wirklich viel Spaß macht, sich hier hindurch zu arbeiten und dieses quasi unterirdische Labyrinth von unsichtbaren Wänden zu durchqueren. Wer von euch Lust hat, kann sich ja auch einmal den Spaß machen und ein wenig versuchen, diesen unterirdischen Irrgarten zu durchqueren und vielleicht findet der ein oder andere ja noch eine weitere versteckte Kiste hier unten. Dazu möchte ich gleich noch sagen, dass euch überhaupt nichts passieren kann, wenn ihr unter der Stadt glitscht. Das fragen wirklich immer sehr, sehr viele Leute, weil sie Angst haben, dass da irgendwie das Spiel kaputt geht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Eurem Spiel wird nichts passieren und falls ihr wirklich mal stecken bleibt, dann macht einfach die Schnellreise an und ihr werdet wieder oben in der Stadt herauskommen. An für sich kann eurem Spiel da überhaupt nichts passieren. Und es funktioniert außerdem sowohl für die PS3 als auch für die Xbox und wie bei mir hier zu sehen am PC. Das war es jetzt aber noch nicht mit Weißlauf gewesen, denn ich habe noch einen letzten Trick für euch in dieser wunderschönen Stadt und zwar begeben wir uns dafür einfach hier zum Stadttor und wenn wir uns dann eine halbe Runde nach links drehen, dann können wir hier die Treppen hinauf zu dieser wunderschönen Randkneipe begeben und dann holt ihr einfach irgendein Essgeschirr aus eurer Tasche. Ich habe jetzt hier eine wirklich richtig schön große Silberplatte, das kann aber auch ein Teller oder ein Holzbrettchen sein, das ist vollkommen egal. Dann springt ihr hier so galant wie ich über den Ladentisch drüber und haltet dieses Essgeschirr vor euch an die Wand. Das macht ihr einfach, indem ihr euren Cursor auf den Teller drauf bewegt und dann die Taste haltet, die ihr sonst zum Stehlen benutzt. Und wichtig ist, dass ihr sie lange gedrückt haltet, dann könnt ihr den Gegenstand so vor euch herbewegen. Am PC wäre das beispielsweise die Taste E. Mit dem Gegenstand vor euch rennt ihr jetzt hier einfach mit dem Kopf durch die Wand, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach gegen diese Säule dagegen und ihr werdet hinter dem Haus herauskommen und fallt geradewegs nach unten. Jetzt müsst ihr während dem freien Fall wirklich gerade nach unten blicken und wenn ihr wirklich senkrecht nach unten schaut, dann öffnet ihr euer Inventar und platziert unter euch eine Do Not Delete Kiste. Wie man eine solche Kiste bekommt, habe ich bereits im Versteckte Kisten Video Teil 4 gezeigt. Das ist das letzte und ich werde es euch selbstverständlich an dieser Stelle noch einmal verlinken. Sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr ganz sicher hier im freien Raum stehen und wenn ihr euch dann ein wenig umschaut, dann seht ihr, dass hier unter der Gaststätte noch zwei weitere Kisten zu sehen sind. Die erste ist eine Kiste, die ihr einfach ausräubern könnt. Wenn ihr gut gefallen seid, dann könnt ihr das sogar von eurer Kiste aus machen. Ansonsten müsst ihr dort hinspringen und im Fall die Kiste öffnen und dann werdet ihr in der Luft schweben und könnt die Kiste in aller Ruhe ausräumen. Die andere Kiste ist eine weitere Do Not Delete Kiste. Die kann man ja mal einstecken für den Fall, dass man noch in einer anderen Stelle genau dieselbe Methode anwenden muss. Beim Blick in die erste Kiste fällt auf, wie randvoll diese mit wertvollen Gegenständen ist. Verzauberte Waffen, aber auch Gold und Tränke und andere Dinge sind da drin zu finden. Und insgesamt habt ihr hier vielleicht einen Wert von Gegenständen von ungefähr 5000 Goldstücken. Ich hoffe natürlich, dieses Video hat euch gefallen. Die Serie war ja in letzter Zeit doch immer sehr, sehr beliebt gewesen. Und genau deshalb hoffe ich auch, dass ich das nächste Video nicht wieder so verschwitze wie dieses. Genau deshalb werde ich mir jetzt eine Art Grenze setzen, wann ich das nächste Video rausbringe. Und zwar machen wir das einfach als Regel. Sobald dieses Video hier 600 Daumen nach oben bekommen hat, werde ich den nächsten Teil zu dieser Serie rausbringen. Daran kann ich auch gleich sehen, wie sehr ihr das Ganze mögt oder auch nicht. Und ich würde mich natürlich auch wie immer über euer Feedback freuen. Tut mir den Gefallen und macht es nicht gleich bis morgen, sonst muss ich mich morgen schon hinsetzen und das nächste Video rausbringen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Bis dahin.